Hallo Leute, Willkommen zu dem Spiel B, Pop, was kannst du? Das ist gerade im Angebot für 4.19. Kein Cross-Ball. Regulier, ach ja, ein bisschen viel, ne? Und das Game hat anscheinend... Aktuell 6 Decks hat es. PS4, PS5, EU, US und Japan Version. Eine Asien Version gibt es nicht. Äh, roundabout sind hier so 2 Minuten durch, je nachdem das ganze Spiel aufgebaut ist. Vielleicht kennt ihr das von Facebook damals. Ach, wie heißt das? Diese Blitz... Ach, keine Ahnung, wie heißen die? Auf jeden Fall muss man hier reinschießen. Den richtigen, damit die aufploppen. Und dafür brauchen wir jeweils immer eine... Jede Farbe mit Trophäe dafür. Grün machen. Und wir müssen ein Spiel gewinnen. Das Ganze mal erst mal. Ähm... Das ist hier jetzt nicht so wie... ... der C so... ...da durch, sondern... ... es prallt genau in das rein, was als erstes drin ist. Aber wir können auch die Wand nutzen. Das ist auch möglich. Jetzt hier zum Beispiel... Und hier ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir jetzt hier so ein bisschen... ... die einzelnen abschießen eher. Würde ich sagen. Ja, jetzt müssen wir alles hier noch einzeln machen. Jetzt müssen wir noch ein paar andere Levels machen... ... die richtige Farbe zu kriegen. So... Mal gucken... ... was fehlt jetzt noch... Ah ja, genau. So, hier müssen wir jetzt nur noch die... ... einmal lila. Da kriegen wir Trophäe für. Und gelb. Gibt's nur Trophäe. Dann gehen wir zurück zum Menü. Machen hier weiter. Und hier haben wir pink... ... und blau. Das müssen wir dann auch nochmal platzen lassen. Hier mal. Trägt Trophäe für. Und... ... da nochmal. Gibt's auch nochmal ne Trophäe. Und... ... Platin. Ja. Mehr ist das nicht. Ja. Weiß nicht. Wäre gut, wenn die Gamesami mit 2€ oder so kosten. Weil hier... Weiß nicht, also... Man hat hier echt... Das ist viel. Nicht so sein. Naja, gut. Ist grad im Angebot. Könnt ihr vielleicht holen. Wenn ihr wollt. Aber sonst... Regulär 8€ ist schon viel. Wirklich sehr viel bin ich. Na gut. Zum nächsten Mal.